Chrome bekommt generative Key Features Mit der Browser-Version Chrome 121 startet Google mit drei experimentellen Features, die auf generativer Key aufbauen. Vorerst sind diese Funktionen nur auf Macs und unter Windows in den USA zuschaltbar. Google arbeitet schon einige Zeit daran, Key in seinen Browser einzubauen. Man habe mit der Verbesserung praktischer alltäglicher Aufgaben begonnen, etwa dem Hinzufügen von Echtzeituntertiteln zu Videos, der besseren Erkennung bösartiger Websites, der Verwaltung von Genehmigungsaufforderungen und der Generierung der wichtigsten Punkte einer Webseite, heißt es in einem Blogbeitrag. Jetzt gehe man einen Schritt weiter. Unter Einstellungen Experimental AI lasse sich dann in den USA mit den genannten Plattformen diese Funktionen zuschalten. Da es sich um sehr frühe öffentliche Experimente handele, seien sie bei Schul- und Firmenaccounts nicht nutzbar, heißt es weiter. Ein Key-Feature ist der Tab-Organizer, der schlägt in Chrome automatisch Tab-Gruppen vor und erstellt sie auf der Grundlage ihrer geöffneten Tabs. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie gleichzeitig an mehreren Aufgaben in Chrome arbeiten, etwa eine Reise planen, ein Thema recherchieren und einkaufen. Um diese Funktion zu nutzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tab und wählen Sie, ähnliche Tabs organisieren, oder klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil links neben Ihren Tabs. Chrome schlägt sogar Namen und Emoji für diese neuen Gruppen vor, damit Sie sie bei der nächsten Verwendung leicht wiederfinden können, schreibt Parisa Tabritz. Die Möglichkeit, Key-Hintergrundbilder mit Android 14 und Pixel 8 Geräten zu erstellen, kommt nun auch in den Browser. Das Text-zu-Bild-Diffusionsmodell ermögliche es, schnell benutzerdefinierte Themes zu generieren, die auf einem Thema, einer Stimmung, einem visuellen Stil und einer Farbe basieren, die der Nutzer auswähle. Dazu müsse man kein Key-Eingabe-Aufforderungsexperte werden, es genüge, die Seitenleiste, Chrome anpassen, aufzurufen, auf Thema ändern, zu klicken und dann auf mit Key erstellen. Eine weitere experimentelle Key-Funktion soll helfen, im Web sicherer zu schreiben, egal, ob es eine gut geschriebene Bewertung für ein Restaurant sei soll, eine freundliche Antwort auf eine Einladung oder eine formelle Anfrage für eine Wohnung. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf ein Text fällt auf einer beliebigen Website in Chrome genüge, um, mir beim Schreiben helfen, auszuwählen. Dann gebe man ein paar Wörter ein, und die Key-Sätze den Schreibprozess in Gang. Und dann gebe man ein paar Wörter ein, und die Bewertung muss man eine Farbe drauf仕方 hat. Vielen Dank.